Everyday I'm shufflin Everyday I'm shufflin Oh ja, Medipack Juhu Das ist schön Das ist schön wie alles andere Gut Dann laufen wir mal Ach Na Was ist denn du jetzt? Nein Überhaupt nicht gefährlich Oh oh Ich bin überhaupt nicht gefährlich Aua Das ist mir alles ein bisschen zu eng hier Darf ich hier raus? Weg da Ganz kurz Äh, äh, äh Genau Genau, genau Genau das meine ich Trenn wir mal nicht mehr aus hier, ey Achso, noch einer Z.A.C. Ach! Aaaaah! Hier Ganz auf meine Was? War es noch so einer? Was? Mal drauf Ah ja, komm, es war ja gar nichts Erstmal einfach alles einsammeln Was hier so umliegt Da? Na? Hey, ich habe zum ersten Mal wieder was bekommen Was mir endlich mal wieder was hilft Guck mal da, ein Stase-Effekt Das müssen wir sofort benennen Stase Gut Äh, jo Dann, äh, gehen wir aber weiter Ich werde jetzt, geht's nochmal zu Am besten, ich werde jetzt nochmal schön Ach, da lang Ja, genau Als ob ich da jetzt lang gehe Höh? Mach's gut Mach's vorsichtig Ja Ja Alter, wie viel schwecksen, bitte Ach, manuell Ach, guck Na, geh Das krieg ich hin Was steht da Bitte warten Ach Ich sollte ja was manuell machen, ey Ihr seid doch witzlose, ey So Manuell sagst du Na gut Manuell Krieg ich hin, oder? So Da es ja nur da lang gehen kann Geh ich einfach mal da rein Und sage Hallo So Ich muss wahrscheinlich da an die Konsole Schwerkraft deaktivieren Oh yeah Hey Springen wir mal da runter Was müssen wir machen Wir müssen da irgendwo lang Da vorne rein Alles klar Ja, lass uns mal ein bisschen Fitness machen hier Was ist das denn? Ach, komm Alter Over 9000 Das ist voll Mach's weg Zwei weg Ach, die halten ja so viel aus jetzt Zeit Na komm Die wagen einfach so rum Ah Geh weg, ey So Lebt da noch einer? Ah Mann Alter Das ist so ein Viech Was ist denn? Ah Nicht so Ich würde mal ein Nein sagen Ganz grauen Das fett Nein Gucken Schiebt da noch irgendwas in der Luft rum Für mich Was ist das? Da liegt doch was Nein Boah Was mache ich denn wieder für Scheiße? Naja Keine Zeit zu verlieren Der Marker Muss Zu uns Geh schnell Ganz schnell Schneller 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 So Gut Dann mal weiter Komm zu Mama Kommst du zu mir? Hallo Was ist das eigentlich? Achso Hallo Hallo Kannst du dich in meine Richtung fortbewegen? Ah Jetzt funktioniert das auch Na komm Achso Muss ich das jetzt irgendwie so von A zu B zu D machen? Warte mal Was nenne ich das jetzt nochmal? Ah ja ich verstehe Ich muss das jetzt quasi Geräusche klingen sehr appetitlich Hallo Kommst du? So Jetzt kann ich das auch so rausholen Na Genau Ist noch so ein bisschen Arbeit Na Komm Jawohl Dann muss ich das wieder drehen Ne Genau Genau Like a Boss Komm mal mit Ah noch ein bisschen Jetzt muss ich das da auch rausholen Jawohl Da Ich habe das Gefühl Dass ich nicht treffe Ich sah da nicht gut Und dass ich mit meiner AK-47 reinhalten muss Hallo Wie außerordentlich gut ich ihn treffe Und meine ganze Milizierung an einem einzigen Einer einzigen Zwickler vergeweide Ach komm Nur den Kopf abgemurrst Was soll das? Na komm Irgendwas höre ich noch Nicht Cool Äh Oh Wow So was macht das denn wieder? Drehen wir das mal? Macht wieder den selben Sparten Okay das können wir ja noch hin Na komm Ich werde angerufen Äh Einen Moment bitte Doch Da Wärme wieder Kurzes Telefonat gehabt Aber jetzt Schieben wir das Ding Kann das nicht irgendwie mal schneller gehen? Ohne Witz Das ist ja in Zeitlupe hier Komm Gib Gas Was ist denn jetzt da? Halt's Maul Halt's Maul Gib mir irgendwas Höh Alter Okay Das sollte erstmal reichen Und jetzt ziehen wir das wieder da raus Um zu sagen Ich drehe das mal wie Was Einstellung offline Wie offline Was soll ich jetzt verarschen? Warum ist die offline? Hä? Aha Warum ist die Schienen? Ich finde das nicht lustig Dass die jetzt offline geht Finde ich nicht nett Was soll das heißen? Die ist offline Oder ist offline Die Teuerung ist offline Ja ja Sehr witzig Und jetzt Erstmal Sachen Ich lade erstmal alles nach Also ganz check ich jetzt nicht mehr Wenn ich hier nicht mehr weiterkomme Was jetzt? Ich muss aktivieren Sag mal Kann das offline sein USG Ishimura Ja wow Kann ich vielleicht da oben wieder so Um zu sagen Schwerkraft deaktivieren Ja aktivieren Hat nix gebracht oder? Hat nix gebracht oder? Entritt Schwerelosigkeit Ich muss es auch irgendwie drehen Aber wie I am very confused Lass mich nochmal deaktivieren Und nochmal nächstes Normal Beschlossen Naja genau Ne irgendwie nicht oder? Entritt Schwerelosigkeit Ich jetzt hier so wieder drausspringen Also so Also Vielleicht muss ich ja quasi mal Draufstellen Wie geht das ja dann? Äh Warte mal Hä? Warte Du sollst Nein du sollst zu mir kommen Du sollst zu mir Zu Warte mal Das ist nicht noch alle? Irgendwie Ja das ist nicht richtig oder was? Was? Du Mia So Was geht das nicht? Jetzt ist es eine Beschissenheit